Ah, keine Panik, Leute. Von euch wollen wir nichts. Niemand wird verletzt. Warum glaubt keiner, was ich sage? Wenn die die Bahn anhalten, sitzen wir in der Falle. Wir müssen die Steuerung überbrücken und in Bewegung bleiben. Los, zum vordersten Waggon. Es scheint, sie sind angekommen. Wir haben Besuch. Ich bin keine Probleme. Mach02. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achtung, die sind uns vom Dach gefolgt. Einer von euch kümmert sich um das Antriebssystem. Ich bleibe hier und halte sie auf. Los, los! Bin unterwegs. Da ist ein weiterer, draußen! Er ist hinter uns her, Monsieur. Erschießen Sie ihn, bevor er an Ort kommt. Monsieur, sind Sie in Ordnung? Bitte passen Sie auf, wenn Sie meine Unterstützung nicht benötigen. Er ist hinter uns her, Monsieur. Erschießen Sie ihn, bevor er an Ort kommt. Wenn dieser Wagen in feindliche Hände fällt, bleibt uns kein Ausweg. Wir müssen ihn zerstören. Gehen wir los! Gehen wir los! Gehen wir los! Er scheint bis zu den Zähnen bewaffnet zu sein! Wir müssen in Deckung gehen! Wir sollten seinen Kopf zerstören, Monsieur! Sehr gut! Nun können wir uns etwas entspannen. Das wären alle. Nicht schlecht. Faye hier! Ich bin fast ganz vorn. Beeilung! Ja, doch... Hier entlang! Wie es scheint, wurden die Türen verriegelt. Ich empfehle die Evakuierung. Ich bin zu zweit! Wie? Parla! Oh, du machst wohl Witze. Hier! Ja! 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 Ja, beeilen Sie sich, Monsieur! Ah, super. Vom Regen in die Traufe. Ah, super. Ansonsten, die Pharos sind früher schon aus dem Strunen. Gehe. Gehen wir los. So, wie? So, wie ist die Seite? Monsieur, Ihren Dürrsch kommen wir zurück ins Innere. Soll ich? Geh du vor. Nach Ihnen. Angehbar. Monsieur, der Fein nähert sich uns von beiden Seiten. Der Aufteilung wird unsere Chancen optimiert. Ich nehme die linke Seite und Monsieur die rechte. Ich nehme die Kabel. Danke, Herr. Ich schaffte Sie, kein Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Feind ist beinahe vernichtet. Der Feind ist beinahe. 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 Der Feind ist beinahe.